Ich glaube, dass wir in der Premier League nicht gut starten haben. Für mich ist es ein bisschen schwierig, weil wir alle wissen, dass wir wieder in der Premier League sind. Für dieses Start ist es ein bisschen nicht genug. Ich denke, wir arbeiten an das und wir werden wieder zurück. Für mich ist es, wie ein Streicher, ich muss mein Bestes machen. Ich schaffe das ganze Zeit, weil ich jetzt eine Chance bekomme, dass ich alle Chance bekomme, zu versuchen, zu scoren und zu helfen das Team. Der Manager kennt mich, ich denke. Er kennt mich seit seinem Jahr. Er kennt mich, welche Position ich prefer. Und ich kann manchmal helfen, auf der Seite, wie zwei Streicher. Er kennt mich bereits. Es ist einfach für ihn, mich zu nutzen. Es ist einfach für mich. Wir müssen uns positiv sein und zusammenarbeiten. Wir müssen stärker sein. Wir müssen stärker sein. Denn in dieser Zeit, es ist nicht gut, dass wir zu schlafen und sagen, dass es schwierig ist. Wir wissen, dass es schwierig ist. Aber wir müssen uns aufhören und weiterarbeiten. Wir müssen sehr hart arbeiten. Und ja, alles wird gut sein. Wenn die Saison startet, war ich der erste Streicher, die er benutzt. Ich spielte ein paar Spiele. Und dann hat Milet kam. Und er startet. Ich warte. Das ist eine gute Behandlung zwischen uns. Und es ist auch Ries. Wir sind ein bisschen im Spiel. So, ja, das ist gut. Ich weiß Ries aus Toulouse. So, ja, wir haben eine gute Behandlung zwischen uns. Ich versuche, mich zu helfen. Ich spreche mit ihm hier. Also, ich spreche mit ihm. A lot of time. Wir haben eine gute Behandlung. Where do you think you can improve now? Ich denke, mein Finishing. Ich bin ein Streicher. So, ich muss weiterarbeiten. Und ja, ich muss mehr auf die Behandlung sein. In front der Behandlung. Und ja. Ich bin ein Streicher.